Hey, wer hat hier so'n Zaun in den Weg gestellt? Ja, Feuerzeug. Ich hab'n Schwert. So, ich geh jetzt zur Be-Pointe. Mach'n bisschen Feufeu. Oh, dieser Drecks-Dildobaum, Alter. Ich hasse diese Dildobäume. Wow, was für'n Geschenk. Ich komm' nicht mehr raus. Guck' mal. Guck' mal, ich komm' nicht mehr raus. Ja, ich dachte, du hättest hier bei mir auch den Fenster... Boah, was riecht'n hier so angebrannt? Boah, das stinkt ganz schön angebrannt. Ja, da guckt man frizillig aus dem Fenster und dann brennt da auf einmal ein Baum ab. Kann man mal machen. Das kann passieren. Ist stark, ist stark. Äh, war da kein'n? Lass' mal so in, ähm... Viertelstunde, äh, so die Aufnahme beenden, oder? Ja. Gut. Weißt du was? Ich hab' nur noch ein halbes Herz. Okay. Was? Was? Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, bist du dafür verantwortlich wie Pointe. Was hast du vor? Ich werde mich jetzt in die Luft sprengen. Nö, er geht erst mal zur Farben. Ja, man sieht schon, wie gut das Projekt hier läuft, ne? Aber das ist eigentlich so, was auch der Zweck des Projektes ist, ne? Das bin ich so... Das ist halt Minecraft-Dorf, ne? Minecraft-Dorf. Ja, meiner Meinung nach. Ist so das Prinzip. Ich muss an der Stelle mal anmarken, also bei dem Namen wart ihr echt extrem kreativ. Finde ich so. Ja, wir haben uns über so viele Namen überlegt... Woah! 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 Was ist passiert? Ich hab' fast in Lava reingesprungen. Wie Pointe, vielleicht solltest du mal auf die Straße gucken, wenn du rennst. Ja, auf die Straße? Straße? Wo ist die Straße? Vielleicht sollten wir auch mal dieses Lava-Loch irgendwie ein bisschen zu machen. Findest du? Also, ja, gut. Wenn wir jetzt noch Lava brauchen, nicht unbedingt. Aber man kann sich einfach einmal save. Mit einer Glas kann man's machen. Mit Glas ist episch. Sondern so, irgendeiner, den wir nicht kennen, ne? Tun wir in den Server rein und dann so... Geh' mal in die Lava und dann mach' mal eine Stelle, wo ne Lücke ist und dann reinspringen. Das wär' aber was. Das wär' geil. Das wär' richtig fresh. Richtig fresh. Ah, ich hab' Kies. Hey, ich wollte keinen, ich hab' viel Kies für dich. Kann ich gleich mitbringen. Für deinen Weg, damit du den endlich fertig machen kannst. So, bauen wir hier weiter ab. Das ist natürlich sehr interessant. Du hast jetzt ne volle Festplatte jetzt quasi, oder wie? Ja. Aber wenn ich die Sachen bearbeite, ist sie ja wieder relativ leer. Okay. Sobald sie gerendert sind. Halt. Na denn, FFN. Ja. Läuft. So. Ja. Ja, der Wald brennt noch weiter eben schnell ab. Wo bist du? Ich kann ja ein bisschen Kies geben. Nee, kannst du den Weg nicht eben selber fertig machen? Nee, das musst du machen. Ich bin mir dafür aber zu schade. Ah, ich hab' noch sieben Kies. Ja, 27. Hast du jetzt 34, laut meinen Berechnungen. Ja, da lieg's aber komplett falsch, weil ich hab' einen weggeschmissen. Jetzt ist es weniger. Man da kann' ich endlich ein eigener gebreitet. Aber warum wachsen denn hier überall Dildo-Bäume, ey? Ja, wenn du die zu nah platzierst... Ja, ich geb' dir gleich zu nah platzierst. Ja ist ja so. Wenn du die nebeneinander platzierst, dann kommen deutsche Bäume raus. Ah, geiler Baum. Nein, nicht abholzen. So sieht es doch gut aus. Oh, wie Point. Ja, es nimmt langsam Form an. Gut. Ach, da braucht jemand Klaas hin. Ach du, du machst das. Patrick. Er hat angefangen und ich habe mir gedacht, er hat angefangen, er hat angefangen. Ich war es nicht. Lass mich alleine, ich will nicht. Zeig mich bitte. Der war es jetzt letztendlich. Die Auflösung folgt in der nächsten Folge nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Kennen Sie das? Ihr Haar fällt aus? Immer und immer schneller? Holen Sie sich jetzt, BePoint 21. Für genetisch bedingten Haarausfall. Und die Welt wurde gespeichert. Einmal nachts mit BePoint 21 einschmieren und schon ist das Haar wieder neu. Boah, Alter, fast in die Lava reingeflogen, ey. Ich springe dann so auf einmal so Lava, wow, und dann weiche ich noch gerade so noch aus. Alter, die Bäume werden immer größer. Größer und besser. Ey, machst du mal den Weg mal ein bisschen fertig? Jalla, jalla. Ja. Da baut der Holz ab und nimmt das nicht mal mit. Äh, hast du Erde? Zufällig ja. Kannst du mir mal geben. Dankeschön. Super. So. Dann brauchen wir weiter an. Oh, es wird nachts. Sollen wir pennen gehen? Können wir machen. So. Gut. BePointe. Ja, aber eine Rose für dich. Also ich muss noch kurz eben hier Kies legen. Ja. Ah, guten Tag. So, und ab ins Bett. Gute Nacht. So. Jalla, jalla. Sehe ich auch, so hast du geschrieben, ne? Ja, gute Nacht, finde ich. Bin ich ähnlicher Meinung tatsächlich. Boah, ich hab heute überhaupt keinen Bock mehr aufzunehmen, ey. Danke, ey. Gleich noch eine Folge alleine, ey. Es ist ein Unterschied, wenn du so alleine aufnimmst und dann so ein Together. Ja, aber man macht plötzlich so konstruktive Dinge und nicht mehr so sinnlose. Ja, ganz so sinnlos ist es nicht. Wir haben halt quasi keine Themen, aber okay, man muss auch sagen, wir nehmen gerade am ersten Tag auf, ne? Das ist das Lustige. Das Minecraft Let's Play ist schon lange wieder beendet. Ja. Weißt du, dann so nach zehn, äh, nach, äh, nach Nachtzeit. Och, nö. Wir bringen es doch nicht mehr. Hast du noch mehr Erde? Nee, leider nicht. Patrick, hast du noch Erde? Äh, ich hab noch Erde, ja. Könntest du mir ein bisschen was geben? Ja. Ich bin... Oh, hops. So, da, bitteschön, bitteschön. Perfekt. Oh, irgendwie gefällt mir das gar nicht mit den Welwen, mit dem Wald hier. Och, nicht bei meinem Haus hier, ey. Mein Gott, ey. Wachsen überall Bäume. Nein. Das lass ich nicht zu. Ja, man sieht, steht da plötzlich im Baum. Lass den Scheiß, bitte. Sei nett. Und gnädig. Und alles andere. Was denn da nämlich bist. Ähm. So. Nein, nein. Ach, Mann, verbaut dich doch nicht. So. Du bist auch ein Idiot, ne? Der stand da schon. Nee. Jawohl. Der stand da nicht. Du magst doch so Bäume. Alter, so Bäume hier bei mir in der Nähe einzupflanzen. Ey, du bist so alt. Oh, Gott. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Wie dunkel das hier auf einmal wird. Alter, was machst du wieder? Ich baue Bäume. Patrick findet das auch cool. Ja, ich finde das klasse. Der macht's vor seinem Grundstück und nicht vor meinem. Oh, du mit dem Baum hier, ey. Ja, okay, der Weg passt, aber nicht so in mein Nähe des Grundstückes. Ja, hier, so, das ist nice. Das sieht man aus. So. Das ist doch voll süß. Diese Treppen müssen aber auch... Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich mehr Knochen hätte. Ich meine, ich bin ja so ein harter Knochen, ne? Ja, Duo auf jeden Fall. Man merkt, wenn man zu dritt ist und alle auch reden, dann kann es sehr niveaulos werden. Nicht fast. So. Keiner redet. Okay. Das ist okay. So. Hast du das jetzt gemacht? Ey, ich glaube, so lange Session haben wir noch nie gemacht, oder? Nee, ich glaube nicht. Weil wir haben, glaube ich, maximal zwei Stunden gemacht. Jetzt sind wir schon länger als zwei Stunden. Hat's denn ausgeklingt? Äh, ja, das ist vielleicht gerade. Also, nicht aus, sondern wieder ein. Ach, du hast raus? Ja, ja, ich war kurz... Gemuted. Gemuted. Mute, mute. Test, test. Eins, zwei, drei. Schönes Haus. Ja, schön. Danke, ey. Oh. Okay. Tipp, 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 tipp. Na, 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 na. Da. Wenn ich jetzt überlege... Ich muss mein Dildo-Haus da oben nochmal fertig machen. Mein Haus wird imposant. Das ist sehr schön, dass dein Haus so wird, wie es anscheinend scheint. Äh. Das war ein toller Satz. Danke. Guck mal, wie ich bei den Gedanken laufe, ne. Äh. 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 Du machst mir gerade ein bisschen Angst, aber okay. Zwei, drei, vier, fünf. Oh, nee. Vor allem eins, zwei, drei, vier, fünf. Bam. Was hast du gemacht? Ich habe mein Haus weitergebaut und habe vergessen, dass ich nur noch ein halbes Herz habe. Äh. Kannst du mir vielleicht Kies geben? Oh, kacke. Ey, kannst du mir Kies geben? Ich? Ja. Ich kann dich verbrennen. Hier, da. Ne, ist Diorit. Ich habe keinen Kies. Hä? Du hast doch 20 Kies. Nee. Ich habe dir 27 gegeben. Nee, Entschuldigung. Das halte ich für ein Gerücht. Ich habe doch den Weg weitergebaut. Und den Rest habe ich in Lava versenkt. Lava. Es gibt her. Ach, hier oben liegt das. Warte. Ja, da oben liegt noch mehr. Stirbst du? Verpiss dich. Ey, hol dein Diorit mit. Nee, nimm du das. Nein, nimm du. I don't need it. I don't use it. By your own fresh photography. So, ich habe noch 33. Nein! Ich bin mal meine Mauer gejumped. Und direkt wieder runtergefallen. So. Gut. Das sieht schon mal besser aus. Ach, ich kann nicht mehr schwebfinden. Deswegen bin ich so langsam unterwegs. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Sind das fünf? Eins, zwei, drei. Äh. Äh, Sekunde. Was ist los? Ja. Ich glaube, es hat gerade geklopft. Ah, geklingelt. Jetzt kommen seine Eltern rein. Nein, darf nicht Mühe. So, ähm. Gut. Ja, wir werden auch eh gleich die Aufnahme. Ich wollte, glaube ich, ich mache eine nächste Folge halt. Ich habe jetzt gerade hier ein bisschen Terraforming gemacht. Wo ich ein bisschen Platz gemacht habe. Um, ja, ein bisschen Farmen zu machen. Also, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, eine Zuckerraum-Farm werde ich wahrscheinlich gleich machen. Ja. Irgendwann jetzt. Dreck werde ich nicht mehr aufnehmen. Ich werde das mal in Päuschen machen. Weil ich glaube, wir haben ein bisschen genug vorproduziert. Doch, minimal. Minimal. Äh, sag mal, wie sieht es aus? Weil ich habe jetzt hier wieder ein bisschen was zu tun. Also, ich müsste jetzt eigentlich mal aufhören. Ja, wir können an sich die Aufnahme beenden. Wir haben jetzt eine Stunde 36. Ja. Ja. Oh, Sacki. Perfekt. Dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir wieder aufnehmen, einzeln vertreten sein, oder? Ja, mal gucken, ne? Muss mal gucken, wie sich das zeitlich alles so passt, anpasst. Und dann können wir vielleicht hier weiter unsere schönen Dildo-Bäume bauen. Ja. Guck dir mal die Bäume an, bitte. Wo? Alter. Du hast einen schönen kleinen Wald zu unserer Verbindung des Hauses. Das müssen wir auch, müssen wir bald Patrickshaus auch mal verbinden, oder? Was müssen wir verbinden, Patrickshaus? Ja, mit unserem. Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das können wir in der nächsten Folge mal irgendwie machen, oder in den nächsten Folgen. Ja. Und ja, mal sehen, ob wir uns mal im Dreier gespannt oder wahrscheinlich ich und Patrick oder ich und Volto oder ihr beide mal zu hören sind, oder? Ja. Auf jeden Fall. Gut, dann. Okay, dann. Tschüss, Leute. Und mach's gut. Und ja, danke, dass ihr mit aufgenommen habt. Ja, immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Und dann bis demnächst, wa? Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss.